Kann man eine Kinderzahnpasta eigentlich auch als Erwachsene verwenden? Werden die Zähne damit überhaupt sauber? Hi, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und als Erwachsener sollte man keine Kinderzahnpasta verwenden. Sauber werden die Zähne damit zwar schon, aber es ist zu wenig Fluorid enthalten. Fluorid ist wichtig, um das Kariesrisiko zu senken. In Kinderzahnpasta ist aber weniger Fluorid enthalten, als es für Erwachsene bestimmt ist. Darum sollte man keine Kinderzahnpasta verwenden. Außerdem sind in Erwachsenenzahnpasta auch noch andere Inhaltsstoffe enthalten, die speziell für einen Erwachsenen gedacht sind. Zum Beispiel sind in Erwachsenenzahnpasta mehr desinfizierende Inhaltsstoffe enthalten oder Stoffe, die speziell gegen Plaque sind oder gegen Zahnsteine oder speziell bei Zahnfleischentzündungen wirken. Deswegen sollte man als Erwachsener auch eine Erwachsenenzahnpasta verwenden, die speziell auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist. Und für mehr Zahnpflegetipps, macht das Plus weg!